Ein letztes Bild. Wenn wir das Bild haben, wenn wir das Bild haben, dann haben wir, wenn das mit David schief geht, zumindest... Ach ne, das Bild wurde ja gerade erst gemacht, da können wir auch nicht in die Vergangenheit. Scheint mir aber irgendwie gerade erst logisch da zu sein. Sonst gehen wir doch mal zurück. Ah. Hätte ich jetzt auch nicht abgekauft. Okay, damit hätten wir das Bild. Aber gut, brauchen wir uns nicht angucken, glaube ich. Jetzt würde ich hier noch was glauben. Seht ihr und hätte er das jetzt nicht gehört, dann... ...hätten wir die Spritze nämlich im Hals gehabt. Ach, du bist... Ähm... Ah, klasse. Er ist ein Held. Er ist echt ein Held. Ähm... Oh, hier, Kabel. Ablenkung. Ah ja, Ablenkung. Sehr schön. Ah, na klar. Wir müssen hier irgendwo sein, wenn wir nicht in San Francisco sind. Und ist ja klar, dass wir dann wieder hier landen. Okay, da bin ich vorhin ein bisschen durcheinander gekommen. Aber wir müssen hier noch ein bisschen weggehen. Oder besser. Herr Jefferson. Jetzt ist es deinem Wunsch zu werden, in einem Moment. Erzähl Chloe. Er hat alles verbrannt. Er hat alle meine Fotos. Warren! Ja! Ich kann das Bild er aus uns nehmen. Stimmt. An dem Abend davor. Das reicht ja. Okay. Ähm. Ich weiß, unter normalen Umständen würde man sich hier jetzt nicht umgucken, aber... Die Fotos. So, das war unser letztes. Tja. Oh, nee. Das wollte ich ja gar nicht. Was ist das? Was macht er da jetzt? Okay, wir sollten... Genau, wir können auch mit ihm sprechen. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Um... Ich wollte ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Er hat uns gerade gerettet. I wanted to lecture. It's part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Hm. Naja, seine Schuld direkt war es ja nun wirklich nicht. Aber... Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. They just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father's son thing going on. But Nathan killed Rachel and... Jefferson had to use him as a scape coat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and... almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well... You had each other. Richtig. Ähm... Ne, sie hat von dir gelernt. Nicht wirklich, glaube ich. We... We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine, what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but... I wasn't so great. I tried to be a good father, too. But... When Joyce kicked me out... I had nothing. Okay, das ist jetzt in der Zwischenzeit also trotzdem passiert. Ich komme ein bisschen durcheinander, muss ich sagen, was jetzt in dieser Realität passiert ist und was nicht. Aber okay. Ja, es tut mir leid und ich war sauer. Wir... Wir wollten ja nun wirklich eigentlich nicht, dass er gleich rausgeschmissen wird, aber... Er hat sich Chloe gegenüber ja ziemlich scheiße verhalten. Er hat ihr gegenüber die Hand erhoben und das geht gar nicht. I was pissed off and... Wanted to rage. Ja. Ich weiß das Gefühl. Too much. Ich werde sagen, Joyce, ich war falsch über dich. Sie lief dich. Es ist ziemlich obvious. Ich versuche nicht zu benutzen, aber... Es ist schwer nach Hause nach dem Krieg. Die meisten Leute nicht wissen oder interessieren, was es ist. Except für Joyce. Sie hat mir eine Hoffnung. Eine neue Leben. Und du hast mich gegründet. Chloe, sie... Sie wird stolz von dir. Ich möchte sie sicher sehen, mit ihrer Mutter. I promised Joyce, I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but... Maybe she'll stop calling me stepdouche. So, where is Chloe? Ja. Ähm... Das ist... Das ist so eine Sache. Sagen wir ihm jetzt die Wahrheit? Im Prinzip... Versuchen wir es ja ohnehin zu ändern, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Und in dem Fall, dass es nicht klappt, möchte ich ihn eigentlich nicht anlügen. Also ich hoffe natürlich, dass es klappt, aber... Okay, ich sag ihm jetzt die Wahrheit. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass er irgendwie ausrastet und uns dafür verantwortlich macht. In dem Fall hoffe ich, dass ich das Ganze nochmal zurückspulen kann. Aber... Ich sag ihm die Wahrheit. Ich glaube... Ich glaube, das ist richtig so. Ich glaube, das ist nicht passiert. Ich kann... Nein, Gott. Nicht Chloe. Max, sind Sie sicher? Okay, ich glaube, er meint das alles wirklich ernst. Ich glaube, es ist nicht passiert. Eine verständliche Reaktion. Wenn auch nicht ganz richtig. Aber wer würde in der Situation schon rational handeln? Ich bin sorry. Ich bin sorry, dass du das gesehen hast. Was ein Müll. Was habe ich getan? All das Zeit, ich habe mit Verwaltungen. Chloe. Ich bin sorry. Joyce. Ich habe dich verletzt. Meine Familie. Du hast nicht verletzt. Du hast dein Best. Max. Du gehst zu Hause. Du hast genug von diesem Raum gesehen. David. Danke. Danke. Okay, er tut mir jetzt gerade echt leid. Ich wünsche dir, ich kann dich immer wieder töten. Ich wünsche dir, ich kann dich immer wieder töten. Ich hoffe es. In dem Fall hätten wir ihm die Wahrheit gar nicht antun müssen, denn er tut mir gerade wirklich leid. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Wenn es klappt, tut es mir leid, dass ich ihm das angetan habe. Ich weiß nicht, dass ich ihn in der Zeit verletzt. Holy shit. Dieser Sturm ist real. Ich muss dich finden, Warren. Ja. Warren, kannst du mich hören? Ja. 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 Aber warum? Es war nicht so gut. Ja, es ist und ich will. Wo sind Sie? Ich bin auf der Two Whales Diner. Ich bin jetzt hier mit Joyce, wegen dem Armageddon. Ich expecte die Öl zu werden. Ich bin auf mein Weg. Komm schon, das ist verrückt. Du kannst nicht auf der Seite gehen. Seriously, Max, da wo du immer du bist. Ich glaube, das ist etwas kleiner. Ich bin kind of gefährlich. Das ist okay. Ich auch. Aber es ist noch nicht vorbei, Warren. Also, warte. Was sein muss, muss sein. Ich habe gesagt, ich glaube, dass wir die Menschen vor Jahren warnen, dass unsere Kulturen von Sinnen und Entiteln würde Gott uns unterbrechen. Und ich bin derjenige, in dieser verdammten Radio-Station. Panik macht sich breit. Panik macht sich breit. Und erneut es nicht zufrieden. Ich will nicht werden, warte, eine folge zu machen. Alles, gibt es dir? パik macht mich. Herr Chefdessen, es kamen für mich jetzt. All das sch... wird gut verholt. Watch out, Max. Er will dich letztendlich. wir wollen einen, den Sie schon ändern. Mares Dinosaurant- Revolution. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hurry up!